Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Ich heiße Max und wir reden heute über einige Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Auf jeden Fall über Serotonin von Michel-Uelbeck, denn das hatten sich viele von euch gewünscht. Ich hatte ja eine Umfrage erstellt im Community Reiter und viele von euch wollen eben jetzt etwas wissen über diesen französischen Provokateur und Gesellschaftsanalytiker. Deswegen schauen wir uns das natürlich besonders an. Aber wir beginnen erstmal mit Zauber der Stille von Florian Illis, ein Sachbuch zum großen Maler der Romantik, zu diesem melancholischen Waldresdner Kaspar David Friedrich. Und im Untertitel heißt es dann auch seine Reise durch die Zeiten. Das wird erzählerisch durchaus nochmal relevant werden. Florian Illis ist mehr ein Begriff. Er hat ja schon den Bestseller 1913 geschrieben, der Sommer des Jahrhunderts, sowie dann eben auch den Nachfolgeband, was ich unbedingt noch erzählen wollte, 1913 über bestimmte Kulturgrößen, die in diesem besonderen Jahr eben porträtiert werden. Und Florian Illis zeigt, womit sie sich beschäftigt haben, was sie an Kulturgrößen erzeugt haben, ob sie verliebt waren, ob sie jemanden gerade verachtet haben und so weiter und so fort. Also er konzentriert sich auf dieses Jahr und macht es auf eine sprachlich humorvolle, angenehme Weise. Also definitiv ein populärwissenschaftliches Sachbuch, wenn man es überhaupt ein Sachbuch nennen möchte. Und zum anderen erinnert es mich in der Erzählweise auch an Fernsehserien, denn er hat halt verschiedene Figurenkonstellationen, die er immer wieder auftreten lässt und die er miteinander verdreht, so mit vielen Schnitten. Das kennt man aus Fernsehserien. Man hat vier Erzählstränge zum Beispiel und die wechseln sich ab. Also eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Und am Ende gibt es vielleicht die Möglichkeit, diese Erzählstränge in ein gemeinsames Delta münden zu lassen. Und etwas Ähnliches wird uns auch hier wieder unterkommen, allerdings in einer, wie ich finde, dann doch an die Grenzen des erträglichen übertriebenen Variante davon. Kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Denn wir beginnen natürlich mit demjenigen, mit dem man beginnen sollte, der jetzt auch in diesem Jahr sein 250. Jubiläum hat. Das ist natürlich auch der Grund für dieses Sachbuch, denn man bedient hier gerade eine Marktlücke, beziehungsweise eine Nachfrage wird eben gedeckt. Ja, Kaspar David Friedrich wurde 1774 in Greifswald geboren und er starb 1840 in Dresden. Er studierte, beziehungsweise lernte das Malen auch in Kopenhagen, aber ansonsten war ein eher reiseunfreudiger Maler. Ein sehr introvertierter Mensch, der in Dresden direkt an der Elbe in einer verdunkelten Wohnung lebte und ja am liebsten eben für sich selber war und gemalt hat. Seine melancholischen Bilder von Personen, die eben auch in die Natur eingebettet sind, meistens auch alleine oder vielleicht zu zweit etwas erleben. Häufig sieht man sie von hinten, die Figuren. Auch das betont Florian Illys, ohne dass er wirklich erklären würde, woran das denn eigentlich liegt. So, das Buch beginnt auch mit einer bestimmten Situation, was das Erzählverfahren von Illys schon verdeutlicht. Er konzentriert sich auf einzelne Episoden, die er dann auch mit seinem belletristischen literarischen Stil auskleidet und dabei Fakten mit, naja, hypothetischen Gefühligkeiten verbindet. Also er deutet auch seine Figuren psychologisch, ohne dass das wahrscheinlich immer durch Tagebucheinträge und ähnliches abgedeckt ist. Aber das muss man jetzt nicht kritisieren. Also er versucht auf jeden Fall, sich in diese Schuhe der Figuren zu begeben, um ja freudige und traurige Momente eben auch auszukleiden. Auch hier um dem Leser natürlich ein angenehmes Erzählvergnügen zu bereiten. So, Kaspar David Friedrich ist bekannt für dutzende Gemälde, zum Beispiel der Wanderer über dem Nebelmeer oder der Mönch am Meer oder auch die Lebensstufen, was hier in Leipzig im Museum der Bildenden Künste hängt. Also er malt manchmal allegorisch und bezieht dann eben verschiedene Alterskolonnen auf unterschiedliche Schiffe und Boote. Mal malt er über die Melancholie oder versucht vielleicht auch ein Bild für die Lebensmöglichkeiten im Nebelmeer anzudeuten. Man erkennt nicht genau, was vor einem liegt, aber man hat vielleicht Umrisse, man hat Hoffnungen, man ahnt vielleicht auch gewisse Schwierigkeiten. Also seine Bilder entwerfen häufig Naturflächen, die sich weit ausdeuten lassen und die sich immer wieder auf das menschliche Leben auch übertragen lassen. Auch der Mönch am Meer ist ein sehr stimmungsvolles Bild, dass eben die Einsamkeit, die Verlassenheit des Menschen auch verdeutlicht. Der Mensch ist in seiner Kontur eigentlich nur noch erkennbar, hat kein individuelles Gepräge und scheint aufzugehen in dieser so stürmisch gezeichneten Landschaft. Da sprach auch ein Interpret davon, dass das Subjekt in der Substanz der Welt aufgehe und das nicht unbedingt auf eine nur angenehme Art und Weise. Kaspar David Friedrich malte also gerne Abendbilder und Nachtbilder und deswegen ist es nicht schwer eben davon zu sprechen, er sei ein melancholischer Maler gewesen. Es liegt durchaus nahe. Ilis' Erzählansatz ist wie gesagt ein belletristischer. Das erkennt man auch zum Beispiel an seinem Stil. Der ist mal angenehm einfach, mal ist aber auch karlauernd. Und wenn es zum Beispiel über den Vater von Friedrich heißt, der habe Kerzen gezogen, denn er war wirklich ein Kerzenzieher. Und deswegen habe Friedrich auch seine Figuren so lang gezogen wie der Vater die Kerzen. Denn ihr kennt vielleicht das Bonbon, dass Friedrich einfach keine Figuren malen konnte. Deswegen hat er sie von hinten gemalt. Ich gehe da nicht immer mit. Also ich finde viele Figuren, die Ilis scheußlich findet, durchaus angenehm gezeichnet. Oder nach dem Besuch eines Bergwerks, da heißt es Friedrich, gehe es unterirdisch schlecht. Also es ist offenbar, Ilis, auch ein Anliegen, hier manchmal etwas unter der Gürtellinie oder zumindest grenzwertig humorig zu schreiben. Dazu kann man stehen, wie man will. Ich finde diesen Lapidan-Stil manchmal durchaus gut. Der wirkt auch manchmal um Coolness bemüht. Auch das ist grenzwertig, wenn es über den Vater von Mathilde von Sachsen, eine große Anhängerin von Friedrich, heißt. Dieser Vater sei stinkkonservativ, dann ist das natürlich nichts, was man in einem Sachbuch lesen würde. Aber Ilis lotet ihm die Grenzen des Möglichen aus. Wenn ein Kunsthändler viele Frauen hat, dann heißt es, muss man auch erstmal hinbekommen, am Ende dieser beschreibenden Passage. Es gibt auch einige anzügliche Bemerkungen über Wörter von Friedrich, die er in seinem Tagebuch verwendet hat, die wir heute nicht mehr kennen. Und dann heißt es, auch wenn ich nicht weiß, was dieses Wort bedeutet, scheint es interessant zu sein, denn neun Monate später kam die Tochter auf die Welt. Okay, also er bemüht sich schon darum, hier eine gewisse feuchtfröhliche Grundstimmung auch zu transportieren, damit der Lese halt nichts total Trockenes, Langweiliges präsentiert bekommt. Schwierig ist das nur bei einem so melancholischen, schwermütigen Maler, denn es passt ja eigentlich vom Ton und auch von der Erzählhaltung nicht wirklich dazu. Kommen wir doch mal zu dieser Erzählhaltung des Verdrehten, beziehungsweise des immer wieder Aufgegriffenen, denn es gibt in diesem Buch in meinen Augen viel zu viele Schnitte. Das sind Erzählpassagen von vielleicht einer halben Seite und die Themen sind vielfältig, gehen durch die Jahrhunderte und durch die Ortschaften, durch die Landschaften. Also da ist zum Beispiel die Vereinnahmung von Friedrich durch die Nazis als nordischer Maler. Dann geht es um Goethe, der Friedrich verkannt hat. Goethe hat ja ganz viele verkannt, was für viele wichtig zu sein scheint, aber ganz viele Künstler haben auch andere Künstler verkannt. Also das war jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von Goethe. Da hat man vielleicht auch einen verqueren Ansatz, beziehungsweise eine Anspruchshaltung entwickelt. Ja, es wird aber ganz gerne auch auf den Krieg in der Ukraine eingegangen, wenn das irgendwas mit Friedrich zu tun hat. Während des 11. September, während der Attentate, gab es auch eine Ausstellung in New York zu Friedrich. Auch das ist dann offenbar eine Erwähnung wert. Am Ende wird zum Beispiel noch eine relativ ausführliche Flucht, beziehungsweise ein Raub eines Bildes beschrieben, das dann lange Zeit in... Dieses Bild steht dann eben einige Jahre in einer Waldhütte. Auch das wird ausführlich beschrieben, obwohl das jetzt mit Friedrich wirklich nur noch am Rande zusammenhängt. Dann auch der Patriotismus von Friedrich gegen Napoleon. Es geht um die Kinder von Friedrich am Rande, natürlich auch um seine Malerkollegen. Manche Bilder werden beschrieben und analysiert, allerdings nicht so, wie ich mir das erwarte. Hitler zum Beispiel, der für das Gemälde der Watzmann sehr viel Geld überwiesen hat, an einen Juden. Und das ist für Elis natürlich auch ein Zeichen, um hier das ganze Geschichtliche rund um Friedrich und rund um diese Bilder auch noch einzufangen. Das ist ganz häufig, zugegeben, sehr interessant. Aber es bleibt natürlich die Frage, ob wir dadurch den Maler wirklich kennenlernen und ob sich nicht eher so ein TikTokisierungsgefühl einstellt, mit ganz vielen Schnitten, mit sehr vielen Sprüngen. Und ich hatte den Eindruck am Ende dieses Buches, dass ich den Maler nicht wirklich kennengelernt habe. Ja, denn es gibt auch einige offene Fragen. Warum sind die Figuren immer von hinten gezeichnet worden? Darauf konzentriert sich Elis nicht. Er findet keine Antwort. Wenn er das nicht weiß als Kunsthistoriker, könnte er einen anderen Kunsthistoriker interviewen und dort auf Antworten stoßen. Aber das tut er nicht. Es fehlt auch völlig die Beschreibung des Malstils. Ich weiß von der Literaturbeschreibung und Rezension her, dass die Beschreibung des Stils immer anspruchsvoll und manchmal auch sehr schwierig ist. Aber dennoch finde ich, man sollte es versuchen und man sollte es auch bei der Malerei versuchen. Wie hat er also gemalt? Dazu gibt es überhaupt nichts. Ich finde auch, dass manche Bildbeschreibungen von Elis nicht zu den Bildern selbst passen. Zu dem Sommer, zum Gemälde der Sommer heißt es zum Beispiel, die Arme seien Popeye-mäßig dick oder die Unterkörper würden fehlen, aber beides ist einfach nicht richtig. Ich kann euch das Bild einblenden. Manchmal stimmt auch sprachlich das Detail nicht. Also wenn es zum Berg heißt, es sähe aus, als sei der Berg nur gemalt, dann müsste es richtig als Irreales heißen, der Berg sah aus, als wäre er gemalt. Das sind vielleicht Details, auf die sich manche nicht konzentrieren, aber andere stören sich an solchen Details und ich weiß auch, dass sich manche daran stören, dass ich das Wort Detail ausspreche. Also so etwas fällt mir einfach auf und ich frage mich, ob das nicht insgesamt für ein nicht wirklich gutes Sachbuch steht. Hin und wieder ist diese Einbettung von Friedrich eben wirklich diffus und völlig weitläufig, wenn es dann um Fragen bei Wer wird Millionär geht oder um eben den Krieg in der Ukraine. Da fehlt mir das Verständnis, was ich damit jetzt in Bezug auf Friedrich anfangen soll. Deswegen baut dieses Buch eigentlich eher Schnipsel auf, aus denen sich aber kein wirkliches Mosaik ergibt, sondern eher ja disparate Fetzen, so eine TikTokisierung, von der ich persönlich eher abgeschreckt bin. Gerade weil es auch kein Buch jetzt wirklich zur Malerei ist, sondern eher eine Cash-Cow zu sein scheint, eben passend zum Friedrichjahr. Zumindest ist das jetzt mein Eindruck, denn ich habe hier auch vor kurzem oder vor ein paar Jahren ein wirklich großartiges Buch zur Malerei von Leonardo da Vinci gelesen, aus der Hand von Kier Fahland, auch einer Kunsthistorikerin. Aber das ist ja Illies auch. Und hierin gibt es zum Beispiel hochqualitative Seiten, auf denen dann wirklich die Bilder dargestellt sind, die dann auch analysiert werden. Also das ist hochqualitativ großartige Farben, sehr satt. Eine hohe Qualität insgesamt einfach, dieses Hochglanzpapieres. Und davon gibt es, ich würde mal sagen, 20 Bilder, also 20 dieser Seiten, sodass man sich das wirklich vor Augen halten kann. Und das gibt es in diesem Buch überhaupt nicht. Da gibt es nur relativ schwammig gesetzte Bilder. Ich glaube, vier Bilder zu Beginn von vier Kapiteln. Aber das hat bei weitem einfach nicht die Bildqualität. Und das, obwohl dieses Buch 25 Euro kostet und dieses großartige Buch von Kier Fahland, ein Fest der Malereifreude, kostet 26 Euro, also wirklich nur einen Euro mehr. Von dem her würde ich insgesamt sagen, das ist ein Buch für den Markt, für den Massenmarkt. Aber inhaltlich und auch was die Kunstfertigkeit des Druckes angeht und was auch die Bemühungen angeht, ein Verständnis für den Maler und für die Malerei zu wecken, ein eher unterwältigendes Buch, das ich mit vier von zehn Punkten bewerten möchte. Machen wir weiter mit einem kompositorischen Meisterwerk, wie man es ganz selten in der Hand hält, rund um sexuelle Begierde, rund um Liebe und um Schuld und vor allem um eine Fantasmogerie einer jungen Nachwuchsautorin, die die Welt, die sie vorfindet, vor allem die Welt der eigenen Familie, eben ausdeuten, zum Leuchten bringen und interpretieren möchte und dabei auf Fehlanalysen kommt, die für andere Menschen katastrophal sein werden. Garniert wird dieses Meisterwerk an Kompositionsgeschick eben auch durch eine Szenengenauigkeit, wie man sie auch sehr selten gelesen hat. Und diese Szenengenauigkeit, die Fülle an Wahrnehmbaren, die ist nicht zufällig und die ist auch nicht Selbstzweck, sondern das hat durchaus eine Bewandtnis. Ich möchte euch ein Beispiel dafür geben. Auf Seite 82 heißt es, sie presste einen Daumen auf das Schloss und öffnete es. Das polierte Metall war kühl, ihr Griff hinterließ kleine feuchte Flecken. Man sieht das. Also jedes Detail ist hier wichtig. Auch die Geräusche, auch die Gerüche werden eingefangen. Und das ist für mich jetzt aber nicht nur Selbstzweck, dass hier eine Opulenz aufgebaut wird, um sich etwas gut vorstellen zu können. Das ist sicherlich auch ein Nebeneffekt, ein angenehmer Nebeneffekt, dieser so intensiven und bildreichen Sprache. Aber darin wird auch der Versuch, einer bestimmten Person deutlich, eine Zeit wieder auferstehen zu lassen. Und da man eigentlich eine moralische Fragestellung klären möchte, die sich aber nicht so einfach klären lässt, ergibt es vielleicht die Ersatzbehandlung der Genauigkeit in der Auferstehung einer bestimmten Zeit. Ich will hier nicht zu viel spoilern, ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber das hat für mich alles Hand und Fuß. Und das erinnert mich auch an den starken Beginn von Titanic, als nämlich eine altgewordene Rose eben vor der versammelten Forschergemeinde sitzt und dann ansetzt zu sagen, es ist über 84 Jahre her, was es mit diesem Bild auf sich hat, möchte sie erklären. Und dann wird sie sofort unterbrochen von einem Wissenschaftler, der sagt, ja, natürlich, das wissen wir, erinnern Sie sich bitte an irgendetwas, alles hilft uns, so grob es auch immer sein mag. Und dann sagt Rose wieder, möchten Sie die Geschichte jetzt hören oder nicht? Es ist über 84 Jahre her, aber ich erinnere mich an alles, an alle Gerüche, an alle Farben, ich erinnere mich daran, wie das Schiff klang und so weiter und so fort. Und genauso geht es auch dieser jungen Briony oder Briony eben darum, eine Zeit wieder auferstehen zu lassen, weil es im Kern um eine Liebe geht, wenngleich sie eben nicht so angenehm ist wie bei Rose und Jack, die ja immerhin eine schöne Zeit hatten, wobei es gewisse Parallelen doch durchaus gibt. Na gut. Also, ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht durch diesen Start. Ich will hier wirklich ganz, ganz vieles nicht erzählen, denn ihr sollt diese Geschichte selber kennenlernen. Ich will es nicht spoilern. Die Geschichte lässt sich leider, wenn man einmal spoilert, glaube ich nicht mehr mit dem großen Genuss lesen, den ich hatte. Die 13-jährige Briony Tallis lebt das verzerrte Leben von Upper-Class Kids. Die Familie lebt in einem großen Anwesen und allmählich tröpfeln jetzt wieder die Geschwister dieser jungen Briony ein. Sie hat keine Lebenssorgen, also wirtschaftliche Sorgen hat hier niemand. Und deswegen richtet sie ihr Interesse, ihr zunehmend literarisches Interesse, auf die Menschen in der Umgebung, also vor allem auf ihre Familienmitglieder. Diese möchte sie literarisch ausschlachten. Sie spürt einfach in sich den Antrieb, etwas aufzuschreiben und Menschen reichhaltig zu beschreiben, um auf Interpretationen zu kommen. Zu Beginn schreibt sie noch relativ kitschige Liebesgeschichten rund um Prinzessinnen, die auf tolle Ritter stoßen. Sie inszeniert dann auch selbstgeschriebene Dramen, Arabella, und dabei müssen ihre Cousins und ihre Cousine Lola als Darsteller einspringen. Allerdings machen die das natürlich nicht so kunstfertig, wie sich das Briony auch wünscht. Und diese Unfähigkeit führt dazu, dass sie dann bald genug von diesen Cousins hat und sie konzentriert sich dann auf die heimkehrende Schwester Cecilia, die vom Studium kommt. Das ist zu der Zeit natürlich auch noch ungewöhnlich. Und sie sieht dann auch den Familienfreund Robbie. Cecilia und Robbie sind ungefähr gleich alt, Anfang 20. Und Bryony beobachtet jetzt einfach, was in diesem Elternhaus passiert, wie die Geschwister aufeinandertreffen. Auch der Bruder Leon wird kommen, gemeinsam mit dem Kumpel Paul, der aus einer reichen Industriefamilie stammt, die offenbar Schokoriegel für die Soldaten herstellt, was wichtig ist, weil wir uns am Vorabend des Zweiten Weltkriegs befinden. Und der Zweite Weltkrieg wird im zweiten Kapitel auch nochmal gesondert dargestellt. So. Ja, und hinter dieser Fassade der Großbürgerlichkeit entspinnt sich jetzt eben die Beobachtung von Bryony, die alles wahrnimmt und alles eben literarisch ausschlachten möchte. Und es beginnt auch eine Liebesgeschichte allmählich, eine ganz zarte, eine erst leise angedeutete Geschichte. Eine Verkettung von Fehlurteilen bringt dann eben eine Tragödie mit sich. Und eine Liebe zwischen zwei Leuten und auch eine Liebe zur Literatur, die sich verbindet und die sich leider auf eine ganz ungute Weise miteinander verbindet. Eben durch eine Beobachtung von Menschen und durch Schlussfolgerungen, die man daraus zieht, die von einer 13-Jährigen gezogen werden, die einfach noch keine Lebenserfahrung hat und die vieles in ihrer vorgefertigten Art und Weise interpretiert, die also zu Beginn der Geschichte schon ein Narrativ aufgebaut hat, das es ihr dann nahezu unmöglich macht, aus diesem Narrativ auszubrechen und damit ja Leute ins Verderben stürzt. Durch eine Wiederholung von interessanten Schlüsselszenen haben wir eben auch verschiedene Blickwinkel und die subjektiven Wirkweisen und Zusammenhänge werden uns auch nochmal separat präsentiert. Zum Beispiel sieht man erstmal in einer Brunnen-Szene einen vermeintlichen Gewaltakt Robbys, der auf die Schwester Cecilia losgeht, denn die beiden streiten sich offenbar um eine Vase. Das wird erstmal aus der Sicht von Briony erzählt und danach bekommen wir jetzt allerdings nochmal ein ganz anderes Bild, nämlich dann das von Cecilia selbst. Und plötzlich ist diese Szene nicht mehr ein männlicher Gewaltakt, sondern es ist eher die Dominanz von Cecilia, die Robby hier etwas ausdrücken will. Und man hat natürlich hier plötzlich aufkeimende Gefühle von Liebe, von Begehren. Und das ist ganz interessant gelöst, weil diese Dinge nebeneinander stehen und wir als Leser in beiden Köpfen mit dabei sind und eben versuchen herauszufinden, warum sich das so unterscheidet und natürlich auch, warum die nicht miteinander reden. Aber offenbar kann Briony die Schwester nicht einfach ansprechen, um zu fragen, was das war, sondern sie baut das sofort analytisch-literarisch auf. Deswegen könnte man auch sagen, diese junge Briony ist übrigens eine gewisse literarische Variation von Virginia Woolf. Es geht hier eben auch um die Reflexion, dass Briony eines Tages erkennt, dass sie in ihrem Kopf steckt und dass andere Menschen wahrscheinlich auch in ihrem Kopf stecken. Und dann hat sie also so intersubjektive Erkenntnisse, dass wir Menschen ja alle davon ausgehen, dass wir die wichtigsten Personen in unserem Leben sind. Und das bemerkt sie. Aber was das bedeutet, ist ihr nicht klar. Also sie hat trotzdem einen sehr, naja, quasi arrogant-egozentrischen Blick auf die Welt und ist nicht in der Lage auch anzuerkennen, dass sie vieles nicht versteht, sondern sie kommt eben sofort auf Interpretationen, so wie das Literaten ja meistens tun. Das ist also sehr interessant und es gibt die Wiederholung von Schlüsselszenen auch später noch einmal. Es gibt sie noch einige Male. Aber eine wunderschöne Liebesszene ergibt sich in der Bibliothek. Für Briony ist das erstmal abermals ein Gewaltakt. Also sie kommt bald auf dieses Narrativ, dass Robbie der eigenen Schwester Gewalt antut. Aber die beiden sind in der Bibliothek und eine 15-seitige Liebes- und Erotik-Szene entsteht hier, wie ich sie intensiver selten gelesen habe. Dazu will ich gar nicht so viel sagen, aber das ist wirklich knisternd, das ist wunderschön. Und übrigens auch immer mit einer psychologischen Tiefenschau, die sich ergibt. Also das lässt Ian McEwan auf gar keinen Fall aus. Es ist nicht nur eine Beschreibungsvielfalt des Wahrnehmbaren, sondern es ist auch eine intelligente Auslotung und Interpretation der Psyche dieser allesamt noch sehr jungen Personen. Okay, ich muss jetzt einfach an dieser Stelle so langsam aufhören. Ich weiß, dass mir jetzt noch, dass euch vielleicht hier noch vieles fehlt, aber wie gesagt, aufgrund dieses besonderen Aufbaus der Geschichte kann ich da nicht so viel spoilern. Der zweite Teil porträtiert Robbie, der im Krieg ist, der jetzt in Frankreich ist und der sich gemeinsam mit Freunden nach den Kirchen vorkämpfen muss. Auch hier gibt es eine Überfülle an Wahrnehmbaren. Es gibt zum Beispiel immer wieder die aufheulenden Jericho-Hörner in der Luft, die man hört. Und das ist interessant, wenn wir dann vielleicht hin und wieder auch den Eindruck haben, dass manche Beschreibungen etwas aus dem Leim geraten sind, dass sie etwas unpassend schief sind. Wenn es zum Beispiel heißt, dass dort oben die hochnäsigen Flieger sind, dann fragt man sich, ob das Adjektiv hochnäsig hier wirklich passend ist. Aber auch dafür gibt es am Ende eine Auflösung. Die Bomben fallen, die Leute werden zerfetzt, die Soldaten, die Kollegen bzw. seine Kameraden sterben. Und im zweiten Teil wird man auch noch eine Briony kennenlernen, die eben als Krankenschwester arbeitet und die jetzt auch mit diesen zerfetzten Soldaten zu tun hat. Und das sind grausame Szenen, die ich auch kaum lesen konnte. Wenn man hier die letzten Tage oder die letzten Stunden von Soldaten mitbekommt, die eben auch manchmal delirieren und die sich jetzt mit einer großen Intensität, auch mit einer Verzweiflung an diese junge Briony klammern, weil sie ahnen, dass irgendwas mit ihrem zerschossenen Gesicht nicht richtig ist und auch ahnen, dass sie sterben werden, dann tat mir das entsetzlich leid. Und dass es so brutal ist, ist natürlich auch eine starke Fähigkeit von Ian McEwan, hier Bilder zu entwerfen, die sich einbrennen und die auch das Leid tatsächlich begreiflich machen. Und der dritte Teil, der bringt dann nochmal eine richtig heftige Wendung rein, die ich auf gar keinen Fall vorwegnehmen möchte. Deswegen ist das insgesamt ein Buch von absoluter Schönheit. Ein Buch voller Stilempfinden und Formbewusstsein. Ein Buch, das auf der Satzebene, auf der stilistischen Ebene, aber eben auch auf der Ebene der Komposition ein Meisterwerk ist und vermutlich auch an shakespearsche Dramen erinnern lässt. Es würde mich nicht wundern, wenn Ian McEwan jetzt hier auch ein shakespearsches Drama vielleicht als Vorbild aufgebaut hätte. Da kenne ich mich zu schlecht aus, aber ich weiß ja, dass er als großer britischer Autor auf jeden Fall mit allen Wassern gewaschen ist. Also wirklich ein Meisterwerk, das mich überzeugt hat und dem ich natürlich auch 10 von 10 Punkten geben möchte. Im Jahr 1898 ist einer meiner Lieblingsschriftsteller gestorben, nämlich Theodor Fontane. Und nur zwei Jahre zuvor, also 1896, hat er einen seiner letzten und seiner kürzesten Romane veröffentlicht, nämlich die Poggenpools. In den 90er Jahren wurde Theodor Fontane ohnehin noch einmal sehr produktiv und am Ende seines Lebens auch noch mal sehr jung, wie es so schön im Nachwort dieses Buches heißt. Übrigens eine DDR-Ausgabe mit einigen grafischen Elementen, die alle gehalten sind, wie das Cover, also in dieser Strichel-Variante, was man mögen muss. Mir gefällt es ganz gut. Ja, also Theodor Fontane begeistert mich immer wieder durch seine Offenheit gegenüber den politischen Veränderungen, die er alle erstmal begrüßt hat. Also war da überhaupt kein Stoffel. Er hat das nicht kritisch gesehen, dass sich die Dinge verändert haben, sondern war da durchaus auch ein Befürworter. Und mich beeindruckt auch immer wieder die Herzensgüte, mit der er auf die vermeintlich Schwächeren der Gesellschaft schaut, auf vielleicht geschiedene Frauen oder generell auf junge Frauen, auf den verarmten Adel oder auf Kinder. Also er zeigte einfach immer eine große Liebe gegenüber dem Menschlichen und zeigt damit eben auch eine Empathie, die wahrscheinlich wenige Menschen in so späten Jahren noch aufbringen können, auch so eine Offenheit gegenüber den verschiedensten Veränderungen im Leben und in der Gesellschaft. Mich beeindruckt das wirklich sehr. Das ist nicht der einzige Grund, aber definitiv ein wichtiger Grund, weshalb ich Theodor Fontane schätze. Worum geht es jetzt also in den Poggenpools? Ein Roman mit vielleicht 150 Textseiten. Es ist im Prinzip so der letzte Tanz des Adels. Der Adel probt nochmal das Schauspiel der eigenen Rolle, der eigenen Bedeutsamkeit, die eigentlich schon verschwunden ist. Denn bedingt durch die gesellschaftlichen Veränderungen am Ende des 19. Jahrhunderts, bedingt durch Kapitalismus und durch das Aufstreben der Großstädte hat sich der alte Adel einfach jetzt nicht mehr so entwickelt, wie das die Adeligen wohl gerne gehabt hätten, sondern ist mehr oder weniger allmählich in die Bedeutungslosigkeit hinabgesunken. Das macht uns Theodor Fontane schon anhand des ersten wunderbaren Bildes deutlich. Denn die Haushälterin Friederike, die wahrscheinlich deshalb bei den Poggenpools bleibt, weil sie diesen einfach treu ergeben ist, sie versucht, das Bild des gefallenen Vaters der Familie aufzuhängen, nämlich des Majors Poggenpool. Und sie klopft also immer wieder irgendeinen Nagel in die Wand und hängt das Bild auf. Und irgendwann versucht sie es auch noch mit einem Dübel und dann mit einem größeren und noch mit anderen Möglichkeiten, versucht sie dieses Bild aufzuhängen. Aber es fällt einfach immer wieder runter. Es fällt auf den Boden der Tatsachen. Die Ordnungssysteme haben sich also ins Gegenteil verkehrt. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie früher mal war. Eine Gesellschaft, eine adelige Gesellschaft, also in der Krise der Form, so könnte man das ausdrücken, wie können Adelige denn zeigen gegenüber den Bürgerlichen, dass sie adelig sind? Und was bedeutet das überhaupt noch? Welchen Inhalt hat es adelig zu sein? Bedeutet das, dass man elaboriert ist, dass man gebildet ist, dass man anders spricht, dass man reicher ist als die Bürgerlichen? Und all das trifft eigentlich nicht wirklich zu. Man zeigt hier also, oder Theodor Fontane zeigt uns, eine Familie der Poggenpools, eine übrigens auch zu Beginn reine Frauenfamilie, die unterschiedliche Ansätze hat, dieses adelige Leben jetzt 1888 wohl zu zelebrieren. Die Majorswitwe Poggenpool ist eine bürgerliche von Geburt, dennoch versucht sie eben gemeinsam mit ihren drei Töchtern Therese, Sophie und Manon das Bild des Adels doch aufrecht zu erhalten. Also in ihrem Fall gepflegt soll man sein, Sitten streng und natürlich auch erhaben, also doch durchaus noch einen Gestus und einen Duktus auch aufrecht zu erhalten, der daran gemahnt, dass man es hier mit einer besonderen Gesellschaftsschicht zu tun hat. Etwas absurd und lustig, unfreiwillig lustig wirkt das dadurch, dass man aber nicht mehr in einem Palast lebt, sondern in einer Berliner Mietswohnung und dass die Vermieter auch bürgerliche sind, die hin und wieder etwas keck und etwas provozierend nach oben grölen und sich auch darüber freuen, dass die Adeligen jetzt wieder ihr Schauspiel aufführen. Also die Verhältnisse sind ja einfach nicht mehr die, die man mal vorgefunden hat. Und wenn Verwandte anreisen, dann überlegt man sich auch ganz lange, was man serviert, denn man hat einfach nicht mehr das Geld für zahlreiche Gänge. Also das Menü besteht manchmal auch aus einer etwas dünnen Suppe, aber naja, besser als gar nichts. Zumindest hat man vielleicht noch die alten, schönen Kleidungsstücke, die man dann auch entsprechend pflegt. Es geht also durchaus auch um die Wahrung des schönen Scheins. Das klingt jetzt aber vielleicht auch etwas verkrampfter und spießiger, als es dann tatsächlich so ist, denn Sophie und Manon, also die beiden jüngeren Töchter, finden das auch völlig in Ordnung, dass man nicht mehr jetzt so reich ist und dass man auch nicht mehr erlesen sein soll. Die beiden arbeiten auch gerne und freuen sich auch, dass sie hier in der Großstadt Berlin andere Erfahrungen machen. Also die haben eigentlich mit dieser Veränderung nicht so ganz die Probleme, die zum Beispiel Therese darin sieht. Also Therese, die älteste Tochter, ist im Prinzip eine sehr verkrampfte, sehr spießige Person, die hat so ein bisschen den Stock im Hintern und versucht immer noch eigentlich auf Biegen und Brechen einfach die alten Formen zu wahren. Was aber mit diesen finanziellen Notsituationen überhaupt nicht mehr übereingeht, ja, deswegen ist das natürlich auch unfreiwillig komisch. Jetzt kommt Leo zurück. Es gibt nämlich auch zwei Söhne, Leo und Wendelin, die sind beide beim Militär und Leo ist ein Luftikus. Also eigentlich ein Tunichtgut, man weiß, er wird definitiv nicht reich sein, aber die Mutter und auch die Schwestern lieben ihn dennoch. Denn Leo ist ein, ja, sympathischer, ein liebevoller Sohn, der der Mutter eine Blume zum Geburtstag mitbringt. Also jetzt nicht besonders viel in petto hat, nicht reich geworden ist, aber er denkt an seine Familie und er ist auch im Gespräch immer sehr offen. Und das sind tolle Gespräche, die sich hier eben auch in der Familie dann ergeben. Es gibt eine interessante Brücke zu Joseph Conrad und zum Herz der Finsternis. Dort heißt es ja mal an einer Stelle, oder man weiß, dass diese Männer, die in Afrika eben tätig sind, die Europäer, die nach Afrika gingen, um dort Reichtümer zu erwerben, üblicherweise die zweiten Söhne der alten adeligen Familien waren. Und auch Leo spielt mit dem Gedanken, eben nach Afrika zu gehen, was er dann nicht macht. Aber das ist hier so eine interessante thematische Brücke eben zur Literatur von Joseph Conrad. Weil er eben wirklich auch, ja, damit hadert, dass er wahrscheinlich niemals irgendwie standesgemäß leben kann, weil er einfach gar kein Geld hat. Eine andere Idee ist es natürlich, eine reiche Frau zu heiraten. Da ergeben sich jetzt andere Probleme. Dann heiratet er eine bürgerliche, heiratet er vielleicht eine Jüdin. Denn all das scheint eben nicht so einfach zu sein. Ja, also dieser Adel ringt auch mit den Optionen, die man noch hat. Und das präsentiert uns Theodor Fontane. Aber nicht im Sinne einer Tragödie, sondern durchaus auch mit unterhaltsamen Szenen, mit gewissen Kausarien, die in diesem Buch aber nicht so dominant sind. Der Onkel Conrad scheint eine Hoffnung zu sein, denn er scheint eben reich zu sein. Im Laufe der Zeit merkt man aber, ah, das ist eher die Ehefrau vom Onkel Conrad. Er selber hat auch nicht besonders viel Geld. Und der Onkel Conrad hat übrigens eine Kausarie über die Fackeln des Nero. Also das ist an einer Stelle mal relativ prominent. Das ist ein Bild, das damals offenbar auch in Berlin ausgestellt wurde. Und das auch Theodor Fontane gesehen hat und offenbar sehr schön fand. Darüber unterhält er sich dann eben auch mit der Majors Witwe. Aber im Prinzip sind das jetzt weniger Kausarien, was eben auch darauf schließen lässt, dass sich einfach die gesellschaftlichen Erwartungen verändert haben. Man hat jetzt nicht mehr die großen Tischgesellschaften, sondern eher intime Zweiergespräche. Also das Gespräch wird persönlicher. Es entledigt sich seiner spießigen Formen. Es wird vielleicht ein bisschen direkter. Die letzten Jahre des Adels also, der um eine neue Rolle ringt und dabei eben verschiedene Optionen durchgeht. Und das ist übrigens auch ein Frauenroman. Also man kann es durchaus so bezeichnen. Dieser Roman besteht den Bechtel-Test ohne Probleme. Also Frauen reden untereinander nicht über Männer, sondern über ganz andere Themen. Da geht es zum Beispiel um die Frage, ob man denn arbeiten darf. Also das mag zum Beispiel die Mutter von Sophie überhaupt nicht, wenn Sophie arbeiten geht. Genau. Und hier sagt Sophie dann, nein Mama, warum auch? Man muss es nur immer richtig ansehen. Ich bin doch auch von Adel und eine Poggenpool und ich male Teller und Tassen und gebe Klavier und singe Unterricht. Er spielt Theater. Es ist doch eigentlich dasselbe. Denn sie haben sich über einen Kollegen des Sohnes Leo unterhalten, der Theater spielt, weil er irgendwie Geld braucht. Er ist auch ein verarmter Adeliger und er ist am Theater. Und das ist halt für die Mutter Poggenpool ein bisschen peinlich, dass sich da ein Adeliger auf der Bühne natürlich jetzt rumtreibt. Denn das geht einfach nicht. In dieser Vorstellung natürlich davon, von was die Grenzen deines Standes sind. Und dann erwidert Sophie, naja, ich arbeite doch auch. Also ich verdiene ja Geld, indem ich Klavierunterricht gebe. Und dann sagt die Mutter, ja, aber du bist ja nicht öffentlich. Und das widerlegt dann Sophie auch. Also man ringt hier um ein neues Verständnis eben, was man machen darf und was man nicht machen darf. Und damit ist es sicherlich auch einfach ein Roman, der in eine neue Zeit hineinreicht. Und Theodor Fontane hat das eben mit einer gewissen Offenheit und mit einer Neugier auch porträtiert. Also ein Bechtel-Test bestehendes Buch auf jeden Fall. Denn diese Frauen reden über ganz andere Belange, zeigen damit auch emanzipatorische Ideen, dass sie eben auch sich von Männern natürlich unabhängig machen. Denn der Vater ist ja wie gesagt verstorben. Sophie möchte Geld verdienen, möchte nicht heiraten. Da sind sehr viele Ansätze enthalten. Es ist wie gesagt kein ausführlicher, umfangreicher Roman. Aber das, was man hier findet, ist wirklich wunderbar geschrieben. Sehr interessant. Und man kann auch sagen, es geht hier um eine zunehmende Öffentlichkeit des alten Adels, um neue Wege sich zu präsentieren und auch um eine stille Resistanz in harten Zeiten. Und wenn ich das auf einen modernen Nenner bringen möchte oder könnte und wenn ich vielleicht ein passendes Lied dazu nicht anstimmen, aber zitieren darf, dann würde ich sagen Always look on the bright side of life. Das ist so ein bisschen die Stimmung, die hier dann am Ende durchkommt. Und dass Theodor Fontane das auch im hohen Alter noch geschafft hat, so positiv auf die Welt zu blicken und uns etwas Gutes, optimistisch Stimmendes mit auf den Weg zu geben. Ja, das ist wieder mal wunderbar. Wieder mal wunderbar. Und von mir bekommen die Poggenpools sieben von zehn Punkten. Ja, was habe ich hier in der Hand? Ist es vielleicht der Roadtrip eines abgehalfterten Provokateurs, der einst die Liebe erfahren hat und der sie jetzt nicht mehr vergessen kann? Ist es also vielleicht die Geschichte eines verkappten Romantikers, der nur deshalb das Kleid eines Zynikers angenommen hat, weil die französische Gesellschaft ihn immer wieder enttäuscht hat und weil auch der Kapitalismus ihm nicht das gegeben hat, was er sich einst gewünscht hat und der deswegen irgendwie verhärtet ist? Vielleicht ist es das, vielleicht geht es darum, in Serotonin aus dem Jahr 2019 von Michel-Uelbeck ins Deutsch übertragen von Stefan Kleiner. Ja, hört man den Namen Michel-Uelbeck, dann denkt man natürlich einerseits an die große Gegenwartskritik, dass vor allem Männer in ihrer Verpflichtung, in den kapitalistischen Bedingungen eben porträtiert werden. Daraus ergibt sich dann häufig eine politische Unzufriedenheit und auch eine sexuelle partnerschaftliche Unzufriedenheit, vielleicht auch ein Verlustgefühl, dass etwas, was man sich erwünscht hat, nicht möglich ist. Andere interpretieren die Texte von Michel-Uelbeck eher als Provokation um der Provokation willen. Er sei ein Steigbügelhalter von Ideen der neuen Rechten, weil er angeblich homophob und sexistisch sei. Also immer, wenn man so komplett unterschiedliche und auch konträre Meinungen zu einem Schriftsteller hat, dann weiß man zumindest, dass es interessant wird. Und interessant ist es freilich auch in Serotonin. Das muss man so sagen. Florent Claude Labrüst, 46 Jahre alt, ist unser Protagonist. Es fängt zwar jetzt nicht mit diesem Bild an, aber es ist einfach ein guter Start, um es zu verdeutlichen, was mit diesem Labrüst los ist. Er beginnt eines Tages zu müffeln. Er stinkt. Und deswegen geht er zum Psychiater, der ihm Captorex verschreibt. Ein Antidepressivum, das den Serotoninspiegel erhöht, also zu einer Stimmungsauffällung beiträgt. Und eben dazu beiträgt, dass sich Labrüst auch mal wieder unter die Dusche begeben möchte. Also irgendwie am Leben teilnehmen kann weiterhin. Aber damit verbunden ist auch sein Libidoverlust. Er bekommt einfach keinen mehr hoch. Und diese chemische Sterilisation, beziehungsweise Kastration, um es mal so auszudrücken, die folgt eigentlich auf das sozial ohnehin schon erkennbare, nämlich die anhaltende Erfolglosigkeit der sexuellen Kontaktversuche. Er hat jetzt also keinen Sex mehr. Er ist auch ziellos, ziel- und sexlos, reist er vor allem durch Nordfrankreich. Aber immerhin, er müffelt nicht mehr. Da ist ja schon mal was gewonnen. Was ist das für eine Person, die Salabrüst? Wie ist es dazu gekommen? Zu Beginn des Romans trennt er sich von seiner Freundin Yuzu, vor allem, weil er einige Dateien mit pornografischem Inhalt findet. Sie hat an einem Gangbang teilgenommen. Sie hat sich von zwei Hunden penetrieren lassen. Da ist man gleich bei der natürlich immer wieder gehörten Provokationslust eines OL Beck. Aber sicherlich ist auch entscheidend, dass Labrüst jetzt nicht moralisch empört reagiert, sondern er merkt einfach, dass diese Yuzu ein anderes Leben führt, als er das hat. Und er hat mit ihr nichts mehr zu tun. Er begeht jetzt also einen kompletten Schlussstrich. Ausstrich, er trennt sich von Yuzu, er kündigt seinen Job, er kündigt seine Arbeit, er hebt all sein Geld ab, immerhin 700.000 Euro, und er lebt ab jetzt im Hotel, im einzigen Raucherhotel, das er noch finden kann. Denn er ist Kettenraucher, er trinkt auch sehr gerne. Und dort will er jetzt komplett isoliert auch leben. Diese 700.000 Euro finde ich ganz interessant. In meinen Augen geht es nicht darum, dass OL Beck uns jetzt zeigt, dass dieser Labrüst ein Macher, ein Checker, ein wirtschaftlicher Alpha wäre, der einfach besser wirtschaftlich denken kann als alle anderen. Für mich war das eher ein handlungsinitierendes Moment, also dass dieser Labrüst eben nicht mehr arbeiten muss. Und es zeigt uns auch etwas anderes. Er hat Geld, aber er ist unzufrieden. Das Geld zu haben, also in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung erfolgreich zu sein, bedeutet noch lange nicht, dass du als Mann in diesem Fall glücklich sein kannst. Das ist daran einfach nicht gekoppelt. Das sind zwar unterschiedliche Daseinssphären, und das ist interessant, weil ja viele Leute wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass derjenige glücklich ist, der eben auch gewissermaßen viel Geld bekommen hat. Und das muss man einfach so deutlich sagen, ist Kapitalismuskritik klassischer Manier von OL Beck. Und das ist definitiv eine eher linke Erzählweise. Nur das mal eben zu diesem finanziellen Hintergrund. Er denkt jetzt im Verlauf immer wieder an seine Ex-Freundinnen, Claire oder auch Camille, in die er wahnsinnig verliebt war und an die er wirklich immer wieder mit großer Wehmut denkt. Also, dass er Camille verloren hat, dass er sie mit einer anderen betrogen und dadurch verloren hat. Das ist für ihn die größte Tragödie seines Lebens. Und an dieser Stelle möchte ich kurz darüber sprechen, dass dieser Labrüst, so sexistisch er in seinen Äußerungen manchmal auch ist, und so rassistisch und übergriffig generell, er ist dennoch ein Mensch, der große Liebe in sich, in Ansätzen spürt, aber diese offenbar nicht wirklich ausgelebt hat. Camille hat er wirklich geliebt. Er hat seine Eltern geliebt, die sich übrigens in einem Doppelsuizid umgebracht haben, als der Vater mit einem Glioblastom diagnostiziert wurde. Er weint, als er einen alten Mann kennenlernt, der ihm ein Haus vermietet, und als er erfährt, dass dieser alte Mann sehr krank ist. Er hat eine große Empathie gegenüber Tieren. Und das ist alles ernst gemeint. Da ist dieser Labrüst ehrlich in der Lage, eine Liebe zu empfinden. Die Frage ist, warum konnte er es nicht ausleben? Das ist jetzt offenbar eine Mischform aus eigenen Verfehlungen und aus gesellschaftlicher Unzulänglichkeit. Es heißt hier zumindest auf Seite 267, die Menschen hatten sich in keiner Weise gegen mich verbündet. Es war nur so gewesen, dass da eben nichts gewesen war, dass meine von Beginn an begrenzte Anhaftung an die Welt immer weiter geschwunden war, bis nichts mehr das Abgleiten verhindern konnte. Das sogenannte Anhaften an die Welt, das finde ich so interessant. Damit ist wahrscheinlich einfach so das Gesamtgefüge gemeint. Also hast du Partnerschaften, hast du Freunde, hast du eine Familie, hast du Dinge, die dich mit anderen Menschen verbinden und die dazu beitragen, dass du dich geliebt fühlst, dass du andere liebst, dass du dich einbringst in die Gesellschaft. Und das ist in seinem Fall eben nicht so. Er schaut manchmal mit einer gewissen, ja, auch mit einer Wehleidigkeit auf sich, aber auch auf die Gesellschaft. Also er ist manchmal wirklich, wie gesagt, aggressiv, aber er ist auch sich selbst gegenüber aggressiv. Von dem her ist es nicht so einfach, diesen La Brüse zu bestimmen. Ob er jetzt ein reiner Sexist ist oder ob er eigentlich ein Romantiker ist. Ich finde, er ist in gewisser Hinsicht ein Mensch, wie wir das auch sind. Zumindest wenn ich an solche Aspekte wie die serielle Monogamie denke, das ist auch mir nicht fremd, das ist auch vielen meiner Freunde nicht fremd, dass man für bestimmte Jahre eben mit einer Partnerin zusammen ist und auch versucht, das so lange wie möglich natürlich ernst zu meinen. Aber Veränderungen eben auch unserer kapitalistischen Welt und neue Möglichkeiten, die wir haben in Bezug auf die Arbeit, in Bezug auf das Umziehen und so weiter und so fort, die führen dazu, dass wir uns eben manchmal trennen und dann reißt da doch etwas aus uns heraus, etwas wird entfernt und irgendwie stirbt auch so ein bisschen Liebe in uns und natürlich setzt dann auch eine Verletzung ein oder eben eine fehlende Anhaftung setzt auch ein. Und ich glaube schon, dass man hier als Mann gerade mit dieser Konzentration auch auf Sexualität etwas anfangen kann. Also das war bei mir durchaus so. Wenn er an seine Ex-Freundinnen denkt, dann denkt er nämlich immer an deren Ärsche, an deren Vaginas, an deren Brüste und das auch wirklich mit diesen Worten. Also da sind wir eben beim Vokabular, das für viele ja nicht geht. Für mich ist das aber überhaupt kein Problem. Diese Provokationen nehme ich nicht unbedingt als solche wahr, wenngleich wir da auch noch einige haben, die mich dann doch stören und wo ich auch daran denke, dass es eher Versatzstücke ohne erzählerische Relevanz sind. Also vielleicht Provokationen, die nur dazu dienen, den sogenannten Zeitgeist-Kritikern etwas zu präsentieren. Und das ist ja heute auch Zeitgeist, den Zeitgeist zu kritisieren. Und manchmal, an mancher Stelle habe ich doch den Eindruck, dass Uelbeck das hier absichtlich so gestaltet. Also wenn Labrüst in einem großen Geländewagen herumfährt oder wenn er eben sagt, die Trennung wurde eigentlich, die Trennung von der geliebten Camille wurde durch den Feminismus eigentlich initiiert, denn er hat sich nicht getraut, hier einen Antrag zu machen, weil er eben dieses hehre Ziel der Karriere einer Frau im Kopf hatte und er weiß, dass er deswegen der Frau keinen Antrag machen konnte, dann ist das irgendwie in meinen Augen auch eher so eine absichtliche Konfrontation und eine Provokation. Oder wenn er für Monsanto arbeitete, also für den Glyphosat-Hersteller, wenn er immer wieder gegen Grüne hetzt, wenn er gegen bestimmte Nationen sich erhebt, wenn er ganz scheußliche Sätze über Japaner oder über Engländer fallen lässt, dann sind das in meinen Augen manchmal Provokationen, die der Geschichte nicht unbedingt etwas Neues hinzufügen, aber die ich auch zur Kenntnis nehme. Es gibt auch manche Wiederholungen, es gibt manche Strecke, ja, die für mich auch langweilig war, eben wörtlich Strecke in diesem Roadtrip, aber ansonsten gibt es auch noch, was ich noch erwähnen möchte, einen Nebenstrang, der sich um Aymeric dreht, das ist ein Studienfreund, den er jetzt wieder trifft, und dieser Aymeric hat eine Landwirtschaft übernommen, die mit sehr viel Arbeit, mit sehr viel Mühe und mit sehr viel investiertem Kapital über Wasser halten möchte oder über dem Strich halten möchte, was aber kaum funktioniert. Also dieser Aymeric arbeitet sich zu Tode und Aymeric leidet also unter den Bestimmungen aus Brüssel, die es den französischen Landwirten fast unmöglich macht, hier profitabel und auch ökologisch nachhaltig zu wirtschaften. Dennoch ist Aymeric eigentlich eine positive Figur, ihm ist übrigens die Frau weggerannt, ja, die wollte lieber in England ein angenehm, elegantes Leben mit einem Komponisten führen, da ist also durchaus auch eine Kritik an Frauen enthalten, die vielleicht den leichten Weg gehen wollen und Labrüst in seiner gewohnten Art sagt dann Aymeric, er solle sich einfach eine Frau aus Kamerun holen oder vielleicht aus Vietnam, die sei noch nicht so verzerrtelt, die freue sich noch über ein Leben auf dem Hof, also da ist sein zugrunde liegendes Vorstellungssystem von Partnermarkt, ja, also auch der Markt ist letztlich kapitalistisch geregelt in seinen Augen und wenn du eben eine Ressource anbieten kannst wie eine Landwirtschaft, dann interessiert das vielleicht eine französische Frau nicht mehr, die will dann eher den leichten Weg gehen, aber eine Frau aus Kamerun, für die ist das sozusagen noch ein großer Gewinn und die wird diese wirtschaftliche Chance eben ergreifen. Man kann sich darüber echauffieren, aber ich denke, wenn wir uns ja einfach mit solchen Gegebenheiten vertraut machen wie Tinder oder wie Bumble oder mit irgendwelchen Flirt-Coaches und Pick-up-Artists und sonstigen Begebenheiten, dann müssen wir anerkennen, dass der Partnermarkt wirklich auch ein dem kapitalistischen System nicht ganz unähnlicher Markt ist und mit diesen, ja, vielleicht auch provozierenden Versatzstücken spielt ein Michel-Uelbeck und zeigt damit aber eben auch Gesetzmäßigkeiten der Gegenwart, mit denen sich Männer vielleicht nochmal in einer besonderen Art und Weise herumschlagen müssen. Ich habe zumindest gestern lange mit einer Freundin darüber geredet und wir sind durchaus in einem offenen Gespräch, wofür ich ihr sehr dankbar bin, auf einige Unterschiede gestoßen im Hinblick auf weibliche Sexualität, männliche Sexualität und vielleicht auch den Wunsch, den Marktwert zu erhöhen oder gar kein Interesse dafür zu haben. Also auch dieser Marktwert, der bestimmt wird durch das Alter, durch Alkoholismus, durch die Dickleibigkeit, durch einen gestählten Körper, das ist auch etwas, was La Brüste an sich wahrnimmt, aber auch an zum Beispiel Claire, eine Ex-Freundin, die in seinen Augen jetzt ganz, ganz, ja, schlechter herkommt und eben einen geringen Marktwert hat und der attestiert ihr sofort insgeheim, sie werde einsam und allein sterben, weil sich kein Mann mehr für ihren Körper interessiere. Das sind immer wieder provozierende Aussagen, aber das ist nicht alles so an den Haaren herbeigezogen. Ich denke, da trifft Michel-Uelbeck zumindest eine Realität, die für Millionen von Menschen doch eine gewisse Relevanz hat. Deswegen ist das für mich insgesamt ein interessanter Roman, ein Roman eines Mannes, der letztlich doch romantische Elemente in seinem Leben kennengelernt hat, der sie aber aus bestimmten Gründen nicht ausleben konnte, der wirklich auch ein Leidender ist, der mit Wehmut auf sein verpfuschtes Leben schaut, aber der eben auch die Gesellschaft nicht komplett rausnimmt. Gewisse Provokationen laden uns ein, über die Realitäten der Welt nachzudenken. Andere Provokationen, wie zum Beispiel ein Pädophiler oder wie jetzt manch erwähnt, das Beispiel, sind eventuell auch nur ein Gutti, ein kleines Gummibärchen für die sogenannten Zeitgeistkritiker, die von Michel-Uelbeck also wirklich das Anklagende gegen den Zeitgeist sozusagen erwarten. Manche Wiederholung und manche Länge hat dieser Roman auf jeden Fall auch, aber es gibt wenige Stimmen wie Uelbecks und ich genieße das und deswegen bekommt dieser Roman, der für mich jetzt kein Meisterwerk ist, sieben von zehn Punkten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von Uelbecks Werk haltet und auch welches ihr mir empfehlen würdet. Ansonsten nehme ich jetzt einfach das leider sehr, sehr umfangreiche Vernichten. Müsste es ja auch schon als Taschenbuch geben. Freunde der Literatur und der Sonne, meine Stimme ist jetzt leider wirklich heiser geworden, ich kann kaum noch reden, mein Mundraum ist so trocken, dass nur noch Bimssteine rauskommen, wenn ich weiterspreche und das ersparen wir jetzt uns allen mal. Deswegen vertagen wir die Besprechung zu Günther de Bruins Preisverleihung, ein sehr interessanter DDR-Literatur-Roman rund um zwei Schriftsteller mit unterschiedlichen Ansichten und Ansätzen. Vor allem sprachlich total interessant, weil Günther de Bruin eine eigene Art hat, Metaphern aufzubauen und ernst zu nehmen. Also er zieht Metaphern auch mal über mehrere Sätze hin, sogar im Extremfall mal über eine Seite, wodurch sich neue Bilder aufbauen und diese Bilder lässt er dann auf schon bekannte Fragestellungen und Themen krachen und daraus ergeben sich plötzlich neuartige Interpretationsmöglichkeiten. Das ist wirklich ein spannender Roman. Und vielleicht werde ich an anderer Stelle noch besprechen können von Irmtraut Morgner, Hochzeit in Konstantinopel, ein DDR-Roman aus den 60er Jahren. Auch hier zeugt der Text von einem großen Formbewusstsein, auch von einer unorthodoxen Attitüde. Vielleicht auch von dem Drängen, die Gesellschaft anzugreifen, also hier auch wirklich auf Gefängnissituationen und auf Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Eine Verlagstimme sprach davon, dass man hier die Verwandlung vom Sie zum Ich erleben kann. Also im Sinne einer emanzipatorischen Literatur erkenne sich hier eine Frau in all ihren gesellschaftlichen Beschränkungen auch selber. Ob das jetzt wirklich den Tatsachen entspricht, da bin ich mir gar nicht so sicher. Vielleicht ist das auch ein bisschen Marketing-Sprech, um hier einfach eine Emanzipation und damit vielleicht auch ein heute noch relevantes Thema anzudeuten. Aber auf jeden Fall wirklich ein total interessant, aufgebauter Roman, der mir nur manchmal etwas fern blieb, um das mal so zu sagen. Ähnliches habe ich ja leider, glaube ich, auch gesagt zu Gisela Elsners Roman Die Riesenzwerge, ein westdeutscher Roman aus den 60er Jahren. Also zeitlich sind die sich gar nicht so fern und auch formal finde ich die super interessant im Vergleich. Also ich glaube, dass beide Autorinnen hier mit unorthodoxen, schriftstellerischen Mitteln etwas Ähnliches versucht haben, nämlich eigentlich die Vivisektion der Gesellschaft, die möglichst dolle leiden soll. Gerade bei Gisela Elsner wird diese wütende Attacke auf die Gesellschaft, auf die Institutionen wie die Kirche, wie die Lehrer, wie die Väter sehr, sehr deutlich. Bei Irmtrott Morgner ist es noch etwas zurückhaltender, vielleicht auch verschachtelter, verklausulierter, vielleicht auch bedingt natürlich durch die Veröffentlichungssituation in der DDR. Also da ist sicherlich ein Vergleich dieser beiden interessanten Autorinnen angebracht. Ich weiß nicht, ob und wann ich den bringen kann, aber wer interessiert es an wirklich unkonventioneller Literatur, bitteschön, holt euch diese beiden Bücher. Okay, dann hoffe ich natürlich, dass es euch gut geht. Ich hoffe, es war für euch interessant. Schreibt mir gerne eure Meinungen zu den verschiedenen Werken in die Kommentare. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.